Rosenhöger Rosenhöger Ganz hinten der Fünffingertorf Auf der Lichtwiese sind wir jetzt Unser zweiter Hügel Geht ganz schön bergauf Hügel Nr. 3 haben wir erreicht Auf dem S-Zeichen geht es jetzt weiter Hügel 4 haben wir erreicht Der Herrgottsberg Ein Kunstwerk soll es sein Goethe Stein Goethe Stein Gehegelte Kunst an den Bäumen Gehegelte Kunst an den Bäumen Ich glaube das ist Hügel Nr. 5 Die Darmstädter Sternwarte Die Darmstädter Sternwarte Hügel Nr. 5 Die Ludwigshöhe Hügel Nr. 5 Die Ludwigshöhe Hügel Nr. 6 Die Marienhöhe Hügel Nr. 6 Nichts besonderes zu sehen Der Prinzenberg Hügel Nr. 7 Der Prinzenberg Hügel Nr. 7 Unsere sieben Hügel Wanderung geht jetzt zu Ende MDR